Seid gegrüßt meine fruchtigen Freunde hier heute zu einem spannenden Video ich zeige euch wie man in den Teleportalraum oder zu den Teleportalen heißt es kommt unter Wilding Woods also hier sieht man es schon da ist was unter mir und zwar geht ihr hier in den Keller und dann ich habe es zuerst auch nicht gewusst wie man da hinkommt hier den Schrank wegmachen und schon seid ihr hier bei einem Portal ich dachte ich zeige das euch mal weil das kennt ich glaube ungefähr fast noch niemand weil man es einfach nicht findet und niemand nach Wilding Woods geht und ich habe das jetzt eigentlich noch nicht mitgekriegt richtig dann hat es hier unten einfach einen Raum wo ihr hinkommt also ich bin jetzt hier unter der Map ich weiß gar nicht ob man da überhaupt hinkommt ach lol hier ist es so einfach angemalt in der Boden und dann baut ihr es ab und dann seid ihr hier unten das ist ja witzig hier ist es sieht aus wie dieser Bunker okay das ist sowas so ähm hier hat auf jeden Fall Druhen und alles mögliche das ist ziemlich cool das sieht auch echt spannend eigentlich aus hier überall 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 Alter hier hat es sowas das ist eine komplette Forschungsstation oder weiß was weiß ich ähm ich gebe mal wieder ein Teil im Portal jetzt bin ich hier oben ne ok hier ist wieder der Schrank und kann man ins Haus hoch oh hier geht es auch irgendwo hin hier hier ist auch nochmal so ein Gang wie ihr hier runter kommen könnt also ich finde es auf jeden Fall sehr spannend ich werde es mal hier erforschen und euch alles zeigen und auf jeden Fall überall Druhen hier bin ich jetzt wieder in einem Haus hier geht es auch irgendwie hoch hier ist alles versperrt mit ich war selber auch noch gar nie in den ganzen Häusern hier das ist so ein Schuppen und hier ist das ganze Zeug und dann kommen hier einfach runter das ist jetzt nicht so gut versteckt wie mit dem Schrank weil man es eigentlich schon sieht aber hier ist auf jeden Fall eine coole Sache hier jetzt bin ich wieder hier ist echt geil gucken was in der Tür ist nehmen wir mal diese Rifts diese Risse ich weiß nicht ich denke mal kommt da auch das ist ganz normal also dass man einfach nach oben fliegt gucken wo ich hier hin komme wieder hier bin ich ok ich weiß gar nicht ich war ich jetzt in allen ja ich war jetzt in allen glaube ich aber das war der letzte das finde ich auf jeden Fall echt eine geile Sache was sie da hier rein gebracht haben und ich es sind glaube ich noch nicht viele dass es das gibt könnt ihr mal schreiben falls ihr das schon wusstet und hier kommt man wieder ganz normal hoch so ich hoffe es hat euch gefallen hier mit diesem Video und wenn ja dann können wir jetzt gerne live auch dann sieht es auf jeden Fall schon mal anders aus wie so eine Luftzufuhr und da ist man einfach unten das ist ja sehr cool falls es euch gefallen hat dann gebt mir ein Like und schreibt einen Kommentar ob ihr das schon kanntet oder nicht und bis zum nächsten Video auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal